Ich glaube, dein Schicksal wird es ein ganz großer Würstiger. Du wirst viel in deinem Leben erreichen, du wirst ja bisher schon viel erreichen. Mit dem Handy in der Hand. Hallihallo! Was machst du hier? Was machst du hier? Ein bisschen mit der Pisse. Ja, siehst du hier aus, oder? Eins, zwei, drei! Grün! Das, was hier ist, ist das Hühner Pisse. Wir fahren hier an einem Jobcenter vorbei. Jobcenter!